Alter, das Auto zappelt nur rum bei mir. Als würde ich die ganze Zeit so Elektroschocks kriegen von vorne. La cucaracha, la cucaracha, schön, dass ihr wieder da seid. Eine weitere Folge jagt uns mit dabei, Rackdoll Flaschen, Rackdoll Bruce, seid gegrüßt, Jungs. Hoi. Hoi. But I can't take this shit. Äh, ich rutsche immer den Berg runter. Gut bei, Mann, Alter. Tschüss, ciao, Jungs. Kein Bock auf die Scheiße. Ich kann nicht mehr... Ich bin schneller als du, ich bin der S1. Du musst gar nicht mehr drücken, so. Ah, ich bin schon ein bisschen... Ah, ah, du bist im vollen Weg gerackdollt hier. Was soll das denn? Bitte, tatschen sie mich nicht an. Was soll das, Alter? Alter, was machst du mit mir? Wo ist denn hier Flascha da oben? Guck mal, wenn wir reintreten hier. Ey. Das ist die Rache vom Rocket Launcher. Yay, Rackdoll. Hab ich dich weggerackdollt. Yay. Ich kann doch in der Luft anmachen. Cool, Mann. Goll. Ich spring jetzt mal hier. Achtung, und... Hör! Yay! Yay! Ah, wer wartest du da vorne? Was ist hier denn passiert? Na, na, na. Warum hast du hier... Weiß ich nicht. Warum kommt das Wrack her? Oh, nice. Guck mal, wie stark ich bin. Wie? Nur mal hüpfst, oder was? Ja, bei mir fliegt das Ding ja voll mit in der Gegend rum. Aber... Was für ein Ding? Mal wieder drum. Nur hüpfst, aber... Guck mal, wie stark ich bin. Oh, Leute. Ja, also gut. Ich höre für das Ding hier, Alter. Ja, gut, Leute. Ich würde sagen, das war's schon mal. Schöne Folge. Danke fürs Reingucken. Nein, erstmal ein Intro und dann geht's los. Und zwar mit lustigen Fahrzeugen, wie immer. Danke, Flash. Danke. Peace out. Und zwar haben wir uns hier diese Stretch-Limo im Monster Truck-Design gegönnt. Und, ähm, ich würde sagen, auf... Wow, Alter, bei mir ist noch dieses Helikopterteil da. Alter, die Karadär Null Speed hier. Die Hinterreifen voll komisch, Mann. Naja, wir müssen auf jeden Fall auf eine feste Straße. Oh, 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 okay, ich bin schon mal... Ja, vielleicht sollten wir mal ein paar Torque-Optionen übernehmen, Mann. Ja, vielleicht sollten wir es ausprobieren. Und ich muss mein Fahrzeug sowieso reparieren, welchem Wasser stand. Wir müssen einfach noch auf die normale Straße. Einfach an den Bergsteigern hier entlanden. Okay, okay, okay. Wobei, ja, Mann, hier. Wo ist denn hier eigentlich die Fahrzeugstraße? Ich kann auf jeden Fall nicht lenken. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen ein Stück... Fast auf jeden Fall auch, Mann. Fahrt langsam. Guck mal, Flash schon wieder. Ah, lenken, lenken, lenken. Lenken, lenken. Oh, Gott. Ja, das ist von einem Abzappel hier. Ich glaube, wir haben... So hart er fehlt. Ich rabe mich noch gar nicht. Du hängst an meiner Stoßstange. Guck. Du kannst doch noch bremden. Wasser, Wasser, bremden. Da vorne kommt eine Straße, Leute. Ich habe dich überholt, Mann, wie nice, Alter. Guck mal. Jetzt kriege ich Plus auch noch. Oh, 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 hallo. Oh Gott, ich hänge im Boden. Oh, danke. Bitte. Das Reifen ist krass, wenn du mit dem Boden hängen. Warte, ich helfe dir. Danke. Bitte. Ich glaube, wir haben auch die falsche Bereifung hier gewählt für diese... ...diese Strecke, ey. Guck mal, wie unsere Reifen aussehen, ey. Fett. Oh, gute Straße. Ich fühl's den Asphalt. Genauso beschissen auf der Straße. Ja, wir müssen Talk-Options mal ein bisschen ausprobieren jetzt hier. Links oder rechts? Wohin fahren wir. Rechts, ne? Falsche Richtung. Ja, Talk bringt auch nichts an. Rutsch sie nur noch mehr. Ich bin nur im Rumzappeln hier. Ich glaube, ich mach mal die Tuning-Sachen aus. So, was haben wir denn hier? Vehicle, zweite Seite, Modifications, remove all upgrades. Oh, no, no, nein, nein. Na, ich daube. Ich bin immer noch so am Rumzappeln, ne? Das machen wir jetzt mit Flasch. Nein, Ralf, nein, nein. Nein, nein, ich fahr auch nicht. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich steh nur da. Fuck the shit. Soll ich dich runterfahren? Oh, mega geil. Da unten ist Wasser, was willst du denn da unten? Komm, spring aber runter. Ich versuche, bei dir einzusteigen, aber. Mag er nicht. Die Reifen sind im Weg. Jetzt? Kommst du nicht rein? Ich weiß nicht, wo meine Hände auf der Steigen hängen geht. Also du kannst ja nicht einsteigen, weil du krasselt hast. Ja. Ey, diese Karre ist so übel, man. Der bräuchte Allrad. Ja, man. Läuft. Das schafft bei mir aber gar keine Reifen mehr. Ah, schau mal rein hier. Powerboost 75. Du bist bei mir aber eine schwebende Limo, Alter. Pension Level 6. Siehst du seine Reif? Ah, wenn du weiter weg bist, siehst du die nicht mehr, Läuft. Was habe ich denn hier noch für Farben? Oh, ja, Powerboost 75 und Pension Level 6. Okay, Powerboost. Zweite Seite, oder? Ne, warte, aber ich bin ja bei hier bei... Bei Vehicles. Ja, Brüste, hast du wieviel? 75. Ja, okay. Und Tog? Tog? Tog habe ich sechs. Tog habe ich nicht. Okay, also wir kleben am Boden sozusagen. Ja. Alter, das Auto zappelt nur rum bei mir. Als würde ich die ganze Zeit so Elektroschocks kriegen, wann vorne. Das sieht so lächerlich scheiße aus. Wow, oh. Ja, wir kleben halt mit sechs echter Boden, so. Trotz dieses echt krassen... Hey, wartet auf mich, ich komme hier an Autos vorbei. Was ist denn, wo bist du denn hier gefeiert? Ah, ne kleinen Auto hier. Ocean. Warte, bleib mal schnell. Ja, aber mir klebt ein Auto unter mir irgendwie. Seht ihr das? Ich habe das Auto in mir drin. Ja, ich glaube, mein C4 hafte da in deinem Wagen. Echt? Echt? Oh, ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Und dann bist du reingefahren. Warte mal, ich gehe da mal weg. Ja, besser ist das. Oh, schade eigentlich, Mann. Das war so schön hier mit dem Auto. What? Okay, warte. Oh, shit, ich muss hier weg. Oh, die Tante. Warum kann ich... Oh, ich bin schon wieder fast tot, Mann. Der LKW, wo fährt der? Der fuhr einfach mit der Karte links runter. Fuck, ich sehe da in den Maut. Was, ich weiß, ich sehe, ich stehe hier. Ja, super, Alter. Nice Job, Alter. Voll der Dance, Alter. Ja, anscheinend fahren wir dem LKW hinterher. Ja, Alter. Oh, na, das Wasser. Ich bin schon wieder, Rapp, Alter. Komm her. Ich habe schon mal Bullen hergeholt, ne? Oh, shit. Es ist, mit dem Fahrzeug zu fahren, ist wirklich schwer, Mann. Könnt ihr mir auch eure P-Nasse hier wegbewegen? Hier muss ich erstmal wieder reparieren. Ah, ich kann wieder fahren, ist klar, gut. So, wären wir wieder bereit. Ich hänge hier so ein Halbfest hier. Oh, guck mal, das ist auch eine geile Farbe wie ich, Mann. Wie nice. Wir müssen dann irgendwie wieder hoch, oder? Ey, dieses zappelnde Auto macht mich voll nervös. Ja, der kann bestimmt auch über den Hof fahren. Ich habe den erst mal ins Wasser geschubst. Wo seid ihr da hinten? Ja. Ja. Komm her. Aber auf Sand lässt sich das Ding nicht so lenken. Nein, gar nicht, Mann. Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Du kommst doch da nicht hoch, Mann. Nein, nein, nein. Ey, die Karre kann ja nix. Ja, Mann. Oh, Kops. Kops, Kops, Kops. Alter, ich komme hier nicht vorm Fleck, ey. Da ist einer im Wasser, Mann. Mach den mal kaputt. Der schießt mich. Oh. Haben wir den erwischt? Ne, der schwimmt dann lang. Oh, ich seh'n. Der schwimmt dann nicht mehr. Wir müssen hier weg. Oh, shit. Oh, shit, noch mehr Kops. Ja, schieb mich an, schieb mich an, schieb mich an, schieb mich an, schieb mich an. Ja, ja, ja. Ey, die Karren haben so keine Partner. Oh, nein, schon wieder. Ich hab schon wieder ein Auto unter mir. Hey. Verhofft mich zu schieb drehen, du scheiß Kopf, Alter. Oh, no. Mir kommt ja nicht drüber, weil das Auto so komisch flach liegt wieder hier. Ah, okay, cool, cool. Cool, hab ihn. Ich hab ihn weg, erst weg, erst weg. Ich bin... Kannst du weg? Ne, noch nicht. Oh, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Ah, ich bin schon wieder im Wasser, Alter. Die Karre lässt dich aber so beschissen lenken. Nee, die Karre ist richtig mies. Und Bruce, du hast aber schon ganz ein Stück hier den Stand runtergefahren, ey. Äh, ich bin so ein bisschen weggekommen. Also so ganz schön ein Stück, so weißt du, so zu 100 Meter, so 102 Minuten. Haut ab, der scheiß Kopf, Mann. Ich hab keinen Bock auf euch. Danke. Nein, nein, nein. Die Explosion war's. Oh, yes. Ich bin weg vom Strand. Brauchst du Flasche, brauchst du Hilfe? Ja, brauchst du Flasche. Dieses rumgezuckelt mit den Reifen hier. Oh, fuck, ey. Du fährst sofort, du fährst gegen ein Auto und schon... Wir fehlen mit Vorderwalf. Ah, ich seh's, Mann. Nice job, Alter. Oh, shit, das ist ja Bruce. Hi. Okay, ich bin wieder da, wir sind wieder da, wir sind wieder da. Holy shit. Wir sind wieder zusammen. Oh, Flasche, Mann, Alter. Ah, es geht ja gar nicht klar, hier, ey. Okay, ich muss hier weg, ich muss hier in die andere Richtung fahren. Uh, 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 Alter. Nichts gut. Okay, irgendwie. Bin ich wieder bei euch in der Nähe, ihr seid da hochgefahren, ne? Ich bin gleich in der Linkseuche. Hey, Flasche. Steckst du den Boden fest? Ja. Komm, ja. Nicht mehr, nicht mehr. Okay, okay. Alter, er kommt hier nicht weg mit dieser Karre, ey. Alles gut, alles gut, alles gut. Das war schon die richtige Richtung. Ich glaube, der Bruce sagt die ganze Zeit nichts. Der ist so konzentriert. Ja, der muss hier, siehst du, die gibt's nicht einen harten Film. Oh, Alter, wenn du irgendwo in der Gegend fährst, kommst du nicht weiter, ey. Sollten diese Monster-Taxi überall drüber fahren, verdammte? Ja, nein, nicht schon. Der kreppische Eide, kreppische Eide, rein, rein, nein! Ich hab den mal weggespringt. Achtung, Kopf, Explosion. Oh, shit. Ich bin schon wieder tot. Jetzt ist dein Auto, jetzt dann, ach so, du bist tot, ne? Scheiße, du bist tot. Bruce, ist das Auto angestuft und das Auto ist unter mich geworden. Bruce, wie sind dein Team, Mann? Ja, ich komme ja zurück, hinterher. Bin noch gar, Mann. Oh, oh, ach, komm auf. Ich muss mal auf, scheiße, Alter. Ich häng' fest. Ich versuch dir zu helfen, irgendwie, irgendwann. Warum, Mann, ey? Oh, shit. Hast du dich gerade hergespawnt oder hab ich dich gleich mit zu viel gekillt? Ja. Das war aber super anlacky, Mann, ey. Seid mal, Alter, ich nehme dich nicht zur Falle ab. Mein Auto ist nur durch Löchern wie ein Käse, Mann. Ja, nice, Blatt. Guter Spawn, Alter. El Mariachi, Alter. Aber du bist auch da, cool. Ja, fahr, fahr, fahr. Scheiße, mein Leben. Da hinten ist gerade ein Auto. Achso, das ist flasch. Oh, shit, da ist direkt einer neben mir. Achtung, C4. Go, 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 go. Yo, Bruce, stehen wir auf der Straße. Oh, shit. Okay, jetzt, okay, wir fahren, wir fahren, wir fahren. Ich fahr vor. Was heißt, fahren? Ich ruckel halt so rum. Ich ruckel halt so rum. Kann nicht mehr lenken. Sehr gut. Oh, fuck, Alter. Wie krass es immer ein hier weghaut. Nein, und ich hänge dazwischen fest. Nicht dann eins. Hör, mit zwei Kopfflagen. Das ist mir nur. Fuck yourself, bitch. What? Okay, I'm ripped. Diese Fahrzeuge sind echt viel zu krass. Mann, Mann, ey. Fuck the shit. Ich geh Gras pflücken. Okay, warte, ich komm hin. Apfelbäume hier. Ich muss mein Level erhöhen. Oh, nee, war ein falsches Spiel. Oh, wie er mir den Reifen zerschossen hat. What the fuck? Wie er mir mein Gesicht zerschossen hat, vor allen Dingen. Deck mich jetzt einfach an so einer Plantage, Mann. Keiner sieht mich. Ich bin ein Bäumchen. Such mich. Also mit Torqueboost und Speedboost auf 300 geht die Karo ein bisschen besser ab. Also das heißt, ein bisschen besser. Warum landest du immer auf dem Dach, sag mal? Also wenn du was gemacht hast? Also ich hab jetzt gemacht bei, ähm, was steht jetzt, weiß ich immer nicht, Vehicle. Torque auf 10, Powerboost auf 300 und Suspension wieder auf aus. Will ich nehm geruckelt. Alles klar. Das ruckelt zwar immer noch, aber man gibt halt viel mehr Gas. Man gibt halt ständig Gas, sozusagen. Also das hört halt gar nicht mehr auf. Guck mal, was ist denn hier los, Alter? Ich verteidige die Plantage. Oh, jetzt hab ich ne schicke Musine hier. In rot. Ey, geht mal alle weg hier. Wo ist denn Flasche überhaupt? Da drüben? Jetzt gedießt du bei diesen... Okay, hier brennt auch alles. Fahr mit den Cops her. Ja, der Plan, der ist schon auf der Planage. Klappt nicht so. Oh. Das war knapp, Mann. Taxi ist da. Oh, jetzt ist er, jetzt wo ich gekommen bin. Na, Blues. Hallo. Alter, ich mein, nur alles kaputt, ey. Null Kontrolle, ey. Ah, Flasche. Flasche. Hallo. Oh, shit. Gerade vorne. Ich war dir. Okay. Ich stehe unter, Alter. Das kann die Karre ganz gut. Rückwärts kann sie gar nicht. Nee, jemand. Das Schöne ist, ich werde hier gar nicht gesucht, ne? Nee, ich auch nicht mehr. Ach, alle nicht mehr? Nee, alle, alle. So was von los. Das muss man mal ändern. Aber ich hätte mir vielleicht mal vorher den Bugs. Alter. Nee, rückwärts ist gerade auch gehört bei mir. Wahrscheinlich hängt ich wieder unter so einem Auto fest. Oh, nein. Alles so rippt. Warum habe ich immer so ein Zuportenglück? Ich späne immer mit hinten so einem Auto hier. Okay, das ist nicht gut. Hier ist so viel. Hier ist so viel. Ach, der Speichstaub. Ich komme mir nicht mal. Ich komme keinen Meter weit mit der Scheißkarriere. Okay, ich glaube, ich bewege mich. Ja, ich bin wieder in Fahrt. Ich bin wieder in Fahrt. Ja, Mann, ich fahre. Ich fahre. Freeway, die waren scheißding, Michael. Ich bin frei. Ja, Mann. Bruce. Bruce, komm mit. Ich versuch. Oh, fuck. What the fuck, Alter. Dieses Game, Alter. Der Bull over. Der ganze Karre ist schief. Hör auf mich, hör auf mich. Danke. Ja, sehr gut. Ich ging wieder im Boden fest. Warum wollen die Autos immer unter mich gehen? Sorry, Flaschen. Okay, ich sicher mal. Ich fahre mal wohin, wo wir spawnen können. Okay. Nein, noch nicht. Alles klar. Ich versuche nur irgendwie, oh, haut ab, Kops. Schubs mich nicht, schubs mich nicht, hör auf. Oh, das war knapp, Mann. Weg da, weg da. Okay, oh, no, oh, no. Hier ist nichts mit Autofahren, ey. Das ist völlige, ist einfach nur konfus, ey. Oh, komm jetzt, Kops, ey. Stell dir auch nicht direkt vor mich, ey. Oh, no, jetzt wird er unter mich. Diese Penner, Alter, ey. Verpisst euch jetzt. Kannst du ihn mal töten, da rechts mit deiner Schocken? Oh, no. Nein, nein. Verdammt nicht, Mann. Danke. Bitte. Alles klar, okay, ich bin auf den Schienen da oben. Endlich, Mann. Endlich bin ich hier oben, ey. Komme. Okay, Bruce. Magst du auch noch eins spawnen? Ja, ich fahre gerade mal ein bisschen bei dir mit. Okay, alles klar. Ich glaube, drei sind zu viele hier gerade. Hey, es ist... Ich bin nur am Driften hier mit der Karriere. Geht. Ja, ich habe dir noch diesen Talk auf 100 gestellt und so einen Scheiß zu legen. Okay. Oh, oh. Ich sehe was. Ist mir was hier links, der Berg? Oh, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Oh, vielleicht. Oh, die Karriere ist so schwer, die landet direkt wieder auf den Boden. Ja, wir haben hier oben geparkt. Das haben wir geschafft, ey. Oh, da hielt er vorne rechts. Was macht der denn? Wow, ist der gerade im Berg verschwunden? Okay, ich hänge über den Fett. Ja, der ist irgendwie bei mir da vorne rechts der Helikopter, der ist hier bei mir beschwunden. Der ist einfach weg. Ah ja, da, mein Gott. Der sollte eigentlich da vorne irgendwo ein Schaller-Heli sein. Hallo. Hier vorne links im Berg. Oh, oh, nee, nee. Nee, nee, ich bin jetzt da unten wieder. Ich bin nicht mehr unten. Ich bin schon wieder hier bei dir. Ja, ich meine, über die Mauer. Oh, okay. Okay, ich falle auf. Hier wieder in den Graben. Jetzt sagen wir machen eine Road... Ja, ich komm nicht weg. Wohin denn? Wie soll ich denn hier weg? Ich komm, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Ah, das ist Outdoor. Das ist Outdoor. Nein, nein, nein. Steig aus, mach sie fertig. Steig aus, mach sie fertig. Oh, Alter, nice. Good job, Mann. Oh, Leute. Hier brennen. Ich bin tot. Ja, Leute. Völliges Chaos und die Karten gehen gar nicht mehr klar. Mein Elm-Retsch ist auch mit dem Stark. Willst du auch noch mal dazukommen? Bevor wir uns zu abschieben, Flasch? Kannst dich aber herporten mit dem Auto. Hallo. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Ansonsten vielen Dank natürlich auch an Bruce, an einen guten Flasch. Absolut krasse Karre. Ich hoffe, das nächste Mal haben wir ein Fahrzeug, der sich ein bisschen besser fährt. Dann sehe ich keine Fahrzeuge. What the fuck? Ich wurde einfach totgepanscht, ey. Okay, warten wir mal. Online-Player ist hier. Wie, du bist von dem Schlag jetzt gestorben? Ja, ich bin einfach gestorben. Du wärst einfach nur K.O. gewesen. Nein, war nicht mehr einfach Grip. Ich werde mich jetzt noch rein-drag-dauern hier in dieses Ding und dann ist auch gut. Leute, ich bedanke mich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke fürs zugucken. Ich mache jetzt hier mal so ein Schlaf mal ein bisschen. Ciao, Leute. Ja, wir schießen. Ciao, Leute. Ciao, Leute.